Ganz ehrlich, so viele Flood würde es niemals geben. Auf jeden Fall so viele Menschen sind hier gar nicht gelandet. Ich komme mir so vor, es ist hier gerade gefühlte 2000 Menschen getötet. Beziehungsweise Menschen Flood Zombies. Wenn mehr von denen kommen würden, okay, verstehe ich, weil hier auch viel mehr Allianzler und so sind. Hier, und das. Viele von euch, Alter, verpiss dich. Ich mache hier keine Kompromisse. Da habe ich irgendwas Organisches getroffen. Alles in Ruhe durchladen und dann kann es weitergehen. Man, 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 man Das reicht Ja, um den zu mir zu schlagen, ist klar Aber erstmal reicht das, um hier aufzuräumen, einigermaßen Ne, der Ghost ist Schrott Hier gibt es ein Schild und Heilung Something, was ich echt gut gebrauchen könnte, glaube ich Irgendwas hat mich hier direkt getötet Was eigentlich ziemlich unlogisch sein sollte What the heck So geht es natürlich auch What the hell Komm, nimm das Kleb voll am Kopf Oh, ich glaube, das hat ausgereicht, um da ein bisschen Terror zu sorgen Bam Ich sag doch, die Schrotfinte ist toll Ich mag die Schrotfinte Wow Kommt ihr hin, um mir Munition zu liefern? Braucht ihr nicht Wow Ja, komm, gib mir mehr von euch So Scheiß, Krabbelviecher Plasmagranate erhalten Sturmgewehr erhalten Ach, aber Schrot Schrotfinte ist all All we needed ist Schrot Okay Sieht aus wie ein zweiter Hangar Von der dritten Ebene aus müssen wir in die Steuerzentrale gelangen Ähm Na klar Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt Hauen Sie ab Er ist im Delirium erleidet Wir müssen ihn finden Das, das hörst du über die Entfernung über Funk Ist okay Lol, was war das? Wow, verpiss dich Mann, die können doch nicht so auf engen Räumen einfach ein Dings setzen Ja, okay Anscheinend können sie es doch Ist auch ich hier falsch gerade? Ich muss hoch, nicht runter Bin ich hier auch falsch? Nein, wir schleifen uns nicht ran Wir werfen einfach eine Gronade rein Bam, die klebt Wenn das nicht getötet hat Muss das immer so umständlich sein, mein guter Sterbt doch einfach auf die anständige Weise wie die anderen Das sieht nur aus wie ein Weg nach oben aus Ja, komm Mehr von euch Ja, da geht's rum Die Bums macht's da Klar, der lebt auch noch Wenn ich ihm den Kopf abgesäbelt habe So nach dem Motto Klar, Zombies leben immer noch Ganz ehrlich, wenn ich mit einer Schrotflinte auf jemanden schieße Besonders wenn das so ein, so ein, so eine Die ist schon so, äh, also so gut Dass sie alles zerhexelt So nach Motto Ähm, wenn ich damit irgendwas treffe Auch nur auf 10 Meter Entfernung Das ist weg vom Fenster Jedenfalls würde ich das so bauen, Alter Wenn ich eine Schrotflinte bauen würde Die, die Raps wird, ähm, Gegner zu kleinem Holz So muss das rein theoretisch sein Oh, hier ist auch ein Heapack Aber das habe ich gar nicht gerade gebraucht Klar Bam, Raum weggesprengt Die Steuerzentrale müsste in dieser Richtung sein Ja, ja, ist okay Ist okay Ich könnte sagen, hinter mir ist es so rot, aber Lol Ich ignoriere dich einfach da unten Passt schon Der Käpt'n Äh, noch schneller? Hast du mal gesehen, wie viele Gegner hier rumfliegen, du? Cortana ist echt eine Optimistin, oder? Ich weiß es nicht, aber irgendwie schon Können wir ja nehmen das Ne, du gehst mir auf den Kicks Du auch Du auch Ja, jetzt kriege ich hier wieder eine ganze Armee von Ja, komm, gibts mir So Hehehe Na, wirst du Von den Leiden, der löst